Hallo und herzlich willkommen zu Sofias Pinke Welt. Heute ist es soweit und endlich lernen wir Farben spielerisch. Ich freue mich drauf. So, wir starten mit der Farbe Rot. Super, weiter geht's mit Orange. Nun folgt Gelb. Wir stapeln weiter mit Gelb. Grün. Und zum guten Schluss kommt Lila. Super, unsere Farbpyramide ist vollständig. Kennt ihr die Farben noch? Wollen wir nochmal rückwärts probieren? Okay, wir starten jetzt mit... Richtig, Lila. Weiter ging's mit Grün. Wunderbar. Hier kommt Gelb. Orange. Und zum guten Schluss kommt Rot. Das habt ihr wunderbar gemacht. Wollen wir nochmal aufzählen? Rot. Orange. Gelb. Grün. Und Lila. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und freue mich total aufs nächste Mal auf die nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal bei Sofias Pinke Welt mit Sophia. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.